Wir haben eine Figur, die keinen Namen hat, dafür taufen wir es einfach Mengen 1, weil sie vom Seminar Mengen 2013 mitgebracht wurde. Wir zeigen das auch zusammen. So, wir haben an der Figur drei Elemente. Das erste Element wäre eine Platzwechsel- und Dramendrehung. Wo der sich gleich weiter dreht. Dann kommt man wieder an. Rück vor, wechsel, schnitt, wechsel, schnitt. Und dabei die Hand wechselt. Zeige ich es nochmal. Rück vor, wechsel, schnitt, wechsel, schnitt. So, jetzt ziehe ich mir die Dame ran, indem ich ein Vor-Rückkampf habe. Dann kommt das zweite Element. Wechsel, schnitt, wechsel, schnitt. Der Herr dreht also über seine linke Schulter. Er zieht die Dame erst her. Jetzt nach links. Mit der Dame. Dann lassen Sie sie los. Nach dem zweiten Wechselschritt erlangen. Bis dahin. Zusammen hin. Rück vor. Wechsel, schnitt. Der Herr dreht sich. Zieh die Dame her. Eine halbe Drehung. Wenn es los ist, greift die Dame wieder. Jetzt kommt die Wechselzeit. Ein gemeinsames Schwung holen. Und ein Dreh nach draußen. Wechselkarten. Mit einer Laufbewegung zur Seite. Hierbei ist es so, dass nach dem Schwung holen, wir schon drehen, machen wir den Wechselschritt nach vorne. Drehen nach dem Stadtteil. Und bewegen wir uns am nächsten Wechselschritt noch weiter. Das ist ein bisschen Dynamik. Okay. Einmal zusammen. Noch ein Zeitpunkt. Rück vor. Wechsel, schnitt. Wechsel, schnitt. Schritt, schnitt. Wechsel, schnitt. Wechsel, schnitt. Schwung holen. Wechsel, drehen. Wechsel, schnitt. Rück, schnitt. Dankeschön.